ja hallo wie geht's denn so ich bin's wieder Il Rivale ja ein Monat ist drum es ist viel passiert es gab ein Update in Mortau es ist eine neue Karte dazu gekommen und wie man sieht auch neue Ladebildschirme ja im Hintergrund sieht man die neue Karte die heißt Phaetoria ach ja das steht ja auch im Ladebildschirm sie sieht so auf den ersten Blick ganz schick aus ja ich habe mir überlegt da ich sowieso wieder reinkommen muss erst mal und leider merke ich als ein Monat oben ist Entschuldigung dafür muss ich schaue ich mir mal mit euch zusammen oder mit mir alleine die Karte an ja also ein kleiner Rundgang kein Kampf Kampf gibt's nächstes mal und ja dann warte ich mal bis er zu Ende geladen hat und dann bis gleich ja da sind wir auch schon ich gehe ich gehe natürlich zum blauen Team und ja mal schauen ja das ist die Map so sieht sie aus ich hoffe ich werde jetzt hier nicht gestört das ist ein lokales Match habe ich hier einfach mal gestartet wie man vielleicht sieht sieht die Grafikqualität der Naja das Video besser aus und zwar habe ich endlich mal in wie heißt das OBS nicht OBS rausgefunden wie man die Aufblütung in den Videos angemessen hoch stellt und ja ich setze mich mal hier auf das Pferd drauf und hab und reit mal ein bisschen damit herum ja man sieht 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 man eine schicke Stadt und NPC und das ist ja cool oh ok ich gehe mal nochmal raus aus der Stadt und reit mal so etwas drum herum ich bin jetzt dafür ach Moment ich stecke das Wasser weg ich bin jetzt dafür ist das Pferd ganz gut wie man sieht scheint es ja Bauernhäuser zu geben mit Feldern das da ist die Stadt mit schönen Mauern und schönen Türmen und Erkan ich hoffe Fett ist jetzt nicht so laut Moment ich glaube das sollte ich nochmal umstellen äh die Lautstärke äh Audio mit dort Stärke 60 ah schon besser oder oder ja äh das scheint die Seite zu sein wo der Pferd angekommen hat das ist Wasser Wasser ist tödlich ich gehe mal wieder weg ja ich weite mal ein bisschen hier so herum das hier scheint das Belagerungslager des Feindes zu sein da raus geht es scheinbar nicht mit dem Pferd da stehen eine Menge Häuser Felder mit Pferd mit Pferd mit Pferd mit Pferd mit Pferd Ja, hier stehen viele Pferde, das gefällt mir. Oh oh. Das war knapp. Das war knapp. Ja, die Stadt ist umrundet, ich gehe wieder rein und schlendere mal so einfach durch die Straße und genieße mal den Ausblick. Hm, schöner Marktplatz. Okay. Ach, hier geht es wieder raus. Oh. Die Stadt ist doch kleiner als ich dachte, aber okay. Gehen wir wieder rein. Ja, da ist der einzige Bewohner dieser Stadt. Einmal Einwohner. Einwohner. Ach, deswegen heißt er so Einwohner. Weil er ein ist. Okay. Oh. Da geht es nicht durch. Ich ich dann nix hier raus hier. Und dann nix hier raus. uhhhhhhhh. Woa Coming an Cold War. Steepischer Kollision. Oh. lasst uns uns mal etwas hier in den seiten gasten umschauen nein wie cool ist das denn habe ich das jetzt hier im inventar oder nein ich habe vergessen das sagt schwert danke ich habe vor auf den auf den messer auf das messer hinzuarbeiten das hier scheint eine taverne zu sein ich weiß nicht so recht wie cool ist das denn das ist cool man kann hier sogar einfach nur sachen habe ich noch nicht und das ist hier kommen leider nichts raus ist ich habe in dem spiel noch nie was gegessen hat sodass mich kann man hier auch trinken was ist das wollt ihr spieler musikalische eine musikalische beilage hat musikalische beilage haben zum 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 rumlaufen f f nein r nein über das g nein her moment Ganz kurz... Ah doch... F ...nennennennennennennennennennennennenn ...nennennennennõnnennennennennennennennennennenn dependent Oh, antими Erlaat Sch морden hat vienen ... ...äst 잠깐만... ...myr universities hat Ruotsch ... Da geht es tiefer in die Burg rein, wie es ihm scheint, da geht es nicht rein. Nein, da geht es überhaupt nicht rein. Gibt es noch einen anderen Thron? Hallo? Ah. Pick ab. Oha, wie cool. Ooooooh. Ah, wie cool ist das denn? Cool. 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 Wie haben sie diesen Turm eigentlich hier durchgeschoben? Cool. Hi. gen яч Dann gehen wir mal hier in der Tür durch, durch die Tür durch. Dann gehen wir mal hier in der Tür. 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 Okay. 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 Das war's. Oh, Essen. Oh, God. 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 Oh Oops Oh das ist ja kurz schnell gut soviel zur karte ich gehe noch mal da rein ich versuche mal den höchsten punkt zu erreichen und von da aus ein bisschen mehr die karte zu überblicken ok panikum oder was na gut höher geht es scheinbar nicht dann gehe ich noch mal raus aus diesem bereich rein in die stadt sehr gut gibt es hier zu essen nein hier steuereinnahmen nein ich gehe mal zum hafenbereich ich fühle mich da mal um hier ist höchstwahrscheinlich das warenlager auch da schon detailliert mit undefinierbarer ware nicht dass es dann irgendwann eine schiffsmack gibt oder hier oder eine möglichkeit wo man hier mit schiffe die welt bereiten kann oder naja so was wie ein fraktionskrieg dass man hier auf dem kontinent bestimmte bereiche attackieren kann so wie ein vorhörner so ähnlich das wasser ist wahrscheinlich tödlich ja dann erkunden wir mal etwas die mauer das ist ein körper also da das ist ja cool auf der map gibt es eine menge neuer spielbescheinigen das finde ich sehr gut kann ich da hier rein dann sind die hier zum schmeißen gedacht wow dann zurück hier geht es runter ah ok cool aber dauert meiner meinung nach etwas zu lange bis es nacht ist und das ist ein körper zu machen uns dann gehen wir mal zur anderen mauer auf die andere seite ja genau es gibt hier tot und verderben schöne statue das muss ich mal sagen ja 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 nicht so unterspringen so wie es mir scheint kann man hier an zwei seiten angreifen oder? oh es heißt ein squid! die Tore kann man auch schließen das hier ist eine katze glaube ich genau die heißt so weil hier so ein mini dach was hier vor pfeilbeschutz schützt und man kann dann hier zum beispiel mit dem rambock unter dem dach hier ans tor ran fahren und drauf hemmen oder steine kloppen aus der wand ich dachte schon einerseits das ist eine leiche andererseits dachte ich das ist eine freizügliche frau die da hängt aber okay ich muss nichts zensieren alles gut ja vielleicht war das auch eine frau ich habe da kein düdel hängen gesehen was ist das? ah leide frei okay gehen wir mal hier rein eh nein nee lang 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 lesas ist der kommandant... äh ähm let's fight was zum teufel na komm her du na komm her du komm her du ich hab doch mann selbst gegen einen npc kann ich kann ich nicht antreten na gut dann nutze ich mal die chance und die mal als geist herum ja ich weiß nicht wie die roten es geschafft haben aber sie haben es irgendwie hingekriegt eine seite so richtig zu belagern und sich zuzubauen ah da geht es nicht weiter ok sehr 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 oh so ein goldenes oh wie schön hier scheint der kommentant zu wohnen wenn es hier nicht so dunkel wäre doch nicht ist doch hier keine ahnung dann gehen wir mal in den turm gehen wir mal rein gehen wir mal rein ja ok hoch rein hm 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 ok zu verteidigen zu verteidigen zu verteidigen zu verteidigen zu verteidigen an na ja 14 sekunden ich hab das wird nichts ich habe aber okay ich hoffe ich habe euch die karte gut anschaubar zeigen können ich bin gerade umgekippt ihr habt alle hoffentlich einen guten einblick bekommen ich auch dann würde ich sagen bis in einen monat diese folge wird etwas länger glaube ich einfach so weil ich einen monat ausgelassen habe entschuldigung ich habe auch ein leben aber nächstes mal werden wir kämpfen und vielleicht mit einer neuen waffe sogar dem messer ja dann würde ich sagen tschüss das war die map tour mit mir und dann noch schönes wochenende oder schöne woche je nachdem wann das video rauskommt und tschüss bis eventuell vor weihnachten